Hey Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich mache die Bundesliga-Kopfe, 15.30 Uhr, es geht jetzt los. Heute mal die Sticker, also die Sticker von Top, die neun, die raus sind und jetzt geht's rein. Hier durch den 1.0 Top und Modest und er trifft auch Bochum, Geryl Teutmann. Freut er auch? Da ist voll nicht jabbern, jabbern, schön. Leipzig geht auch noch den Ernst. Blaunschweig brauchen wir hier. Bremen mit dem Ausdruck. Und Vollsboot 3 zu 1. Ausbaut mit dem Ausdruck. So sind die Halbzeitstimmen. Gehen. Union. Ausgleich. Leipzig. 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 So sind die Karte. Und Dortmund. 2, 1. 4, 1. Schatze. Lebert Busen. Und 2, 1. Letztes. Kommt eine Bochum-Parte und eine Unioner. Alle rasten. Aus. Und Bochum. Bochum! Jawoll! Und da kommt noch das 3-2-4-Stuttgart. Und Dortmund 3-1-Komot. Und 3-4-2-Gewinnt Wolfsburg. Dann 3-2-Gewinnt Bremen gegen Dortmund. Bochum gewinnt mit 1-2 gegen Bayern München. Ah, und meine Tipps sind, warte mal, ich musste ja eigentlich vorher sagen, 2-1-2, 1-3, 0-5, wirklich, äh, 2-0, 1-1, 1-2, ich bin heute im Stadion, 0-2, 2-0, 2-2, und das war's mit der Orat-Konferenz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß!